Auf dem N64. So, da sind wir wieder. Part 3 ist angesorgt. Und natürlich wieder, beziehungsweise geht es hier noch zweimal weiter mit dem 50 Kubik. Wieder mit Yoshi. Und es geht los mit dem Store Cup Mario Stadium. Meine Lieblingsstrecke übrigens. Damals haben wir ausgewählt, dass wir Verschrecken gespielt haben oder sowas. Mit vier Leuten, beziehungsweise Fang. Kein Blitzstart. Na ja gut. Na. Was hatten wir eigentlich mal zu Anfang dafür Probleme? So, mal gucken, wer jetzt ein bisschen powerhafter ist. Ich auf jeden Fall nicht. Ich kriege noch immer ein Fragezeichen. Schön, wer hier am Blitz. Hier gibt es nämlich eine Stelle, da lässt sich mal runterfallen. Beziehungsweise dafür sorgen, dass die anderen runterfallen. Stelle muss ungefähr, dann kommen hier, wenn wir unten links angelangt sind. Also unter dem First. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich höre auch schon mal die anderen Motoren. Von, weiß ich gar nicht. Mario? Nee, Luigi, ne? Donkey Kong. Der kriegt sich die Ehre. Wow. Boing, 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 boing. So, gleich müsste die Stelle kommen irgendwann. Okay. Müsste hier sein, ne? Jo. Mal da vollen, äh, ein Blitzeinsatz, beziehungsweise einsetzt, wenn da andere Gegner vor sind. Voll die Mal locker, lässt sich da runter. Ziemlich weit zurück. So, das war die erste Runde. Mario, komm her, hier. Ich kann leider nicht nach hinten schießen, wenn man drei hat. Kann man sich noch nicht mal in Ruhe die Nase kratzen. Mama Mia. Das ist wieder letzter, wa? Vierter bist du schon. Wo ist denn der Achte? Ach, Peach ist da bestimmt runtergefallen, so wie es aussieht. Ja, es hat mal ein bisschen anders jetzt über Powered here. Donkey Kong, Mario und Wario. Gucken, ob es auch so bleibt oder ob es jetzt nur durch Zufall so war, dass Peach da runtergefallen ist. Wird man dann in den nächsten drinnen sehen. Schwupp und boim. Ne, kein boim. Pum. So, irgendwie habe ich zu viel Abstand. Ich schmeiße ihn mal weg hier. So, vielleicht fährt er dann mal irgendwo durch hier. Donkey Kong. Magst du doch Affen. Boing, 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 boing. Fahr rein. Scheiße. Guck mir, bedrohlich nah jetzt irgendwie. Die lege ich jetzt mal vor, die Dings sind. So, hier. Er fährt natürlich nicht durch, ne? Gucken, ob er da ungefähr durchfährt. Das sieht man ja dann gleich. Normalerweise, wenn man da jetzt reinfährt, kann man gar nicht anders als hier runterfallen. Du, 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 du. Hast du so gedacht, wa? Ist keiner reingefahren? Gibt's doch gar nicht. So, ich bräuchte eine kleine, gerade Strecke. Ne, mal diese hier mal. Nee, der da, 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 da. Aber trifft doch mal da irgendwas. Gibt's doch gar nicht. So. Gut, da bin ich ausgewichen. Beziehungsweise, hab ich nicht trocken lassen. Ei, 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 der sollte auch noch hinten gehen. Uäh, uäh. Der mich tatsächlich überholt, mal kurz. Das ist so ein fettes Dich. Er kann doch gar nicht schnell fahren, normal. Da ist er schon wieder. Meine Güte. So, gib mir nochmal ein schönes Item. Ja, die Banane ist weg. Nee, die ist da noch. Wollen wir mal der zweite daneben legen. Ob der keine erwischt. So. Wow. So, das sind die ersten neun Punkte. Würde ich mal so behaupten, ne? Kann ja schon gar nichts mehr passieren. Hatschi! Oh, Mario auf Platz 4. Und Peach ist noch sechster geworden, obwohl es einmal runtergefallen ist. So, 5,57. Und... Ohohoho. Über ne halbe Minute, Luigi. Weil die beiden müssen ja dann auch runtergefallen sein oder irgendwie sowas in der Art. Wird er denn noch hinter Peach waren? Guck mal, da fährt er noch, der... Luigi, da ist... Ah. Okay. Sherbert Land. Ne, wie machen die? Mäk. Mäk. Wow. Wow. Trevor versenkt einen Donkey Kong. Sehr schön. Er hat's doch verdient. Und? Nicht getroffen. So, fahrt da weg. Er zieht so ein Rutsch da weg. Dut, 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 dut. Mark. So, ein Grün geklaut. Hehehe. Ach, na gut. Machen wir die mal ausgelassen. Mäk. Alter. Was ist mit euch los? Nein, nicht nach vorne, Mensch, ist genau. Oh, das war ja knapp meine Güte doch. Echt viel Glück heute. Papadier. Mäk. Geh da mal weg. Danke. So, jetzt habe ich einen kleinen bisschen Vorsprung. Kurz vor Ende der zweiten Runde. Uiihie. Und noch ein Grün. Ja, okay, das mit dem Vorsprung, das hat sich jetzt schon wieder gelegt. Diesmal hat da Mario was geben. Der auf dem fünften Platz ist. Hat sich ausgegebildet? So, komm doch mal ran hier, nicht abbremsen. Mist. Fast ganz gut. So, ich schieße jetzt mal raus. Den nach hinten. Ey, sag mal. Nix ist. Gut, das ist nochmal ausgerutscht. Hast du das Platz wieder sicher? Und die nächsten neun Punkte. Don, 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 ding. Jupp. So, 2,45. Wie sieht's aus mit den anderen? 2,48, 49, 50. Und 15 Sekunden vor Peach. So, 18 Punkte. Sieht gut aus. Royal Raceway. Schwer kein Bitchstart. Na gut, dann schön langsam. Trotzdem weit Vorsprung. Da merkt man gleich das. Scheiße. Also ich das nicht wollte. Ui, ui, ui. Darf da nicht auch das Grüne draufkommen? Hm, 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 hm. So, ich glaube, das ist doch auch hier. Mit einem hohen Berg, ne? Wo Peach Castle ist. Ja. Jo. Und. Boin. Ah, je Frosch im Hals. Ja. Na, von mir rum. So, hier ist es noch schön einfach bei 150. Da kann man das so gut wie vergessen. Da muss man auch aufpassen. Weil man zu weit aufs Grüne drauf kommt, rutscht man weg und ab ins Wasser. Bom, 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 bom. So. Ah, ist ja jetzt zweite Runde. Und das war ein bisschen sehr doof. So, Windschatten. Mist. Ich hab's auch so geschafft, den zu überholen. Und treffe ich den Mario. Ich will auch Donkey Kong treffen, Mensch. Alte Sackratte. So, dran vorbei. Ich bin's wohl. Na? Pomp. Nee, 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 oh Gott. Jetzt hab ich ihn endlich mal erwischt, ja Gott sei Dank. Du, 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 du. So, letzte Runde. Fahr am besten selber rein, Mario. Danke. Es gibt schon dumme Leute. Donkey Kong fährt auch eine Banane rein oder sowas. So, hier ist eine für euch beiden, beziehungsweise zwei, jeder für euch, eine für euch, eine für jeden von euch beiden, so. So, schwapp, noch eine Banane. Wartet euch drum. Gar keiner? So, die Banane ist auch weggeputzt. Aber kommt schon gleich eine neue von Donkey. Na, pum? Oh, der wird zu fliegen. Der Eiche geht's wirklich noch. Doch bei 100. Ist es auch schon extrem. So, fahr irgendwo rein. Du wirst doch wohl nicht. Alter. Das wäre besser gewesen. Altes Dreckviech. So, Peach 7, Bowser 8. Da wird wohl nix mehr raus. So, Gold ist eigentlich uns auch schon sicher, ne? Wario und Bowser auf dem selben Platz. Wow. Ja. Gold ist schon mal sicher. Kann er mal was machen. Zwölf Punkte Vorsprung. Neun gibt's nur. Und so macht man's nicht. Oh. Warum ist denn? Bleibt mir so rot, Mensch. So, ich bin jetzt hier mit dem Superpilz. Oh, ein bisschen verpackt, die Kücher. Alter, das gibt's doch nicht. Trotz Powerpilz sind die Schmereinnahme an Hacken dran. Wow. Das hohe C war das. So, da kommt man wirklich nicht rum. Ohne gegen die Wand zu tretschen. Schade, hätte ich gerne mal früher gekriegt. Und wäre dann auch in die Lava reingeflogen. Beziehungsweise langsam reingefahren. So, trotz verkackten Starts. Wieder auf Platz 1. Achso, das ist ja egal. Aha, gut. Wenn man unsichtbar ist, ist es also Schnurz, Pumpe. Ob man auch so durchfährt oder nicht. Wie war's bei den Bananen. Ach ja. So, das wird wohl hier ein 20-Minuten-Part, wa? Nein. Oh, danke, ey. Das war freundlich. So, fahr da durch. Das ist ja jetzt sogar, wa? Final lap. So, jetzt sehen sie rot aus. Äh, ich lasse die falsche Tasse hier los. Boom. So, schön Vorsprung hier. Jawohl, gut rumkommen. Hier hat noch eine Banane für Mario oder Donkey. Oder Tod. Donkey Kong eventuell. Hab's doch nicht schreien gehört, aber es kann gut hinkommen. Das wär's jetzt gewesen, wenn ich da runtergefallen wär. So. Und wieder 36. 9 Siege, nee, 12 Siege in Folge. Sehr schön. Ding, du, du. So, die fahren halt jetzt noch gegen. Auch nicht schlecht. So, 18 Sekunden vor Platz 8. So, jetzt kriegen wir wieder einen goldenen Helm. Heiaja. Könnte das jetzt hier auch abbrechen, aber ist auch immer wieder schön. Peach's Castle. Wo man 120 Sterne einsammeln kann bei... Mario 64 oder auf dem DS sogar 150. So, da hinten steht Wario. So, ihr könnt ja schon mal wieder kommentieren und... ähm... bewerten. Teilen. Alles wie immer. So, der Jeep Jeep gibt jetzt noch mal kurz den Helm her. Ich bedanke mich für's zugucken. Und sehen uns dann im nächsten Part beim Special Cup. Modi- Congratulations! Bis zum nächsten Mal.